Wenn du irgendwann mal eine ziemlich verschachtelte Struktur hast oder von externen Festplatten aus arbeitest, dann ist es manchmal ganz hilfreich, von der Bridge direkt in den Finder oder Explorer zu springen. Und das funktioniert ganz einfach. Du machst einfach einen Rechtsklick auf deinen Ordner und sagst, im Finder anzeigen lassen. Dann springt nämlich dein Finder automatisch in den Ordner, wo dieser Ordner sich befindet. Das Ganze funktioniert auch mit Bildern. Du kannst auch einen Rechtsklick auf dein Bild machen und sagst hier, im Finder anzeigen lassen. Dann springt nämlich dein Finder automatisch in den Ordner, wo sich das Bild befindet.